Hi, ich bin Björn. Über die Mac Bildschirmfreigabe, auch entfernte Verwaltung genannt, kannst du ja wunderbar Apple Computer fernsteuern. Das funktioniert auch, wenn der Mac kilometerweit entfernt ist und du zum Beispiel über einen VPN-Tunnel damit verbunden bist. Jetzt gibt es nur ein Problem. Ein Update von macOS schaltet diese Bildschirmfreigabe nämlich oftmals wieder ab und sperrt dich dadurch aus. Aber dafür habe ich eine Lösung. Ich bin gerade mit einem VPN-Tunnel verbunden und möchte darüber einen Mac fernsteuern. Das könnte ich mit Apple Remote Desktop oder ich benutze einfach den Finder. Aber auf dem entfernten Mac hat ein Update die Bildschirmfreigabe deaktiviert und deshalb bekomme ich eine Fehlermeldung. Öffne mal das Dienstprogramm Terminal und melde dich an dem entfernten Mac per Secure Shell an. Das klappt allerdings nur, wenn dort die entfernte Anmeldung eingeschaltet ist. Dann kopierst du diesen Befehl ins Terminal, den du auch unten in der Videobeschreibung findest. Das Programm heißt Kickstart und muss als Administrator über Sudo mit genau diesen Optionen ausgeführt werden, die sich natürlich kein Schwein merken kann. Anschließend drückst du die Enter-Taste, gibst das Admin-Passwort ein und dadurch startet die Bildschirmfreigabe und wird für alle lokalen Benutzer freigegeben. So, noch ein letzter Test. Und jetzt klappt auch die entfernte Verwaltung. Ich möchte aber die Bildschirmfreigabe wieder einschränken und nur Administratoren den Zugriff darauf erlauben, also nicht normalen Benutzern. Und das geht am einfachsten über die Systemeinstellung unter Freigaben, Entfernte Verwaltung und dann schmeiße ich alle unerwünschten Benutzer aus dieser Liste raus. Und hat das bei dir geklappt? Schreib mir das doch mal bitte als Kommentar. Und falls du weitere Tipps und Tricks erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!